Lege zuerst in den Eierkarton ein Leckerchen. Dein Hund darf dabei zusehen. Dann lass ihn das Leckerchen fressen. Jetzt leg wieder ein Leckerchen in den Eierkarton. Decke dieses aber mit einer Papierkugel zu und lass dann deinen Hund das Leckerchen suchen. Halte zur Unterstützung besser den Eierkarton fest. Hat dein Vierbeiner die ersten zwei Schritte ohne Probleme gemeistert, dann leg diesmal zwei Leckerchen in den Eierkarton. Decke diese wieder mit einer Papierkugel zu und lass dann deinen Hund wieder die Leckerchen suchen. Du siehst, das ist gleich ein bisschen schwieriger. Du darfst gerne auch deinen Hund verbal dazu auffordern und ihn da ein bisschen motivieren und unterstützen. In einer Weitertrainingseinheit kannst du dann auch drei und mehr Leckerchen im Eierkarton verstecken. Später kannst du den Eierkarton unterschiedlich füllen. Mal nur Papierkugeln ohne Leckerchen, dann wieder ein Loch mit Leckerchen und Papierkugel. Auch unterschiedlich viele Löcher kannst du füllen. Das verändert das Spiel jedes Mal wieder ein bisschen. Super. 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 Super.